Hallo, hier spricht, hör mal zu, der Retro-Krimi. Mh, bepackt wie ein Maulesen. Ja, ich will heute selbst kochen. Es gibt Fischkürze aus getrocknetem Kabeljau, Rhabarber mit Dickmilch und ein paar Löffeln Vanillesoße. Oh Gott, wie in der Schule. Geht's uns wirklich so schlecht, Liebling? Wir haben seit drei Wochen kein Verbrechen mehr vor die Nase bekommen. Eine Detektivagentur ist dazu da, zu ermitteln, nicht dumm herumzusitzen und den Daily Leader zu lesen. Oder wie du Fischkürze zu kochen und Vanillesoße. Wenn ich's nur höhere Grieche und pickele. Wie wär's, wenn wir nach dem Essen ausgingen? Quasi zur Aufmutterung. Oh, an, äh, woran hast du denn gedacht? Ich hätte große Lust, mal wieder tanzen zu gehen. Tuppence, meine kleine, liebe, bezaubernde Frau. Du vergisst, dass ich alt werde. Oh, du armer, alter Mann. Dein Mitgefühl ist rührend. Ja, ja, ich weiß. Du hast zwei graue Haare in deinen Augenbrauen. Nicht sehr aufmerksam. Ich habe zwei graue Haare in einer Augenbraue und zwei in meiner rechten. Das ist die linke. Es ist meine rechte, wenn ich in den Spiegel seh. Aber Tommy, du bist ein so hinreißender Tänzer. Bitte nicht, nur halb so viel Schmus, Liebling. Also, als ich ein nettes, junges Mädchen war... Was schon ein Weilchen her ist... Hat man mich im Glauben erzogen, dass Männer, besonders Ehemänner, ganz wild auf Trinken und Tanzen sind und die halbe Nacht aufbleiben? Welch merkwürdige Erziehung. Und dass eine Frau außergewöhnlich schön und klug sein müsste, damit sie zu Hause bleiben? Na bitte, da haben wir es. Weich nicht aus. Was heißt das? Du bist außergewöhnlich hübsch und klug und darum bleibe ich zu Hause und gehe um halb elf ins Bett. Fällt nur noch der kleine Hund, der dir die Pantoffeln bringt. Eine gute Idee. Also gut, Tommy, wenn ich wirklich ganz, ganz ehrlich sein soll... Aha, ich wusste, dass da noch was kommt. Ja, ich hätte solche Lust auf den Drei-Künste-Ball. Oh nein, das nicht. Nicht auf diesen langweiligen Ball. Das ist aber ein Wohltätigkeits-Ball. Ich bin dafür, Wohltätigkeit daheim zu üben. Der Erlös ist für das Obdachlosen-Asyl, so viel ich weiß. In dem Fall reserviere mir dort ein Zimmer. Wir gehen also. Um Himmels Willen überleg dir das. Der Drei-Künste-Ball. Du musst dich kostümieren, lauwarmer Champagner, die Brötchenschlacht am Buffet. Schon gut, ich will da nicht nur zum Vergnügen hingehen. Ich bin da über eine Annonce gestolpert. Sie bitte unter Vermischtes in Daily Lieder nach. Oui, mon Kapitän. Also ich glaube, es war die achte Anzeige in der zweiten Spalte. Was steht da? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ich würde sagen, drei Herz, zwölf Stiche und Pik Ass. Der König muss gestochen werden. Was hältst du davon? Ganz schön teure Art, um Britsch zu lernen. Findest du nicht? Weißt du, manchmal habe ich das Gefühl, dass du dich absichtlich taub stellst. Oder bist du es? Es könnte auch eine verschlüsselte Botschaft sein. Sehr gut. Dann würde ich sagen, drei Herz könnte der Drei-Künste-Ball sein. Offensichtlich. Oh, vielen Dank. Das ist morgen. Zwölf Stiche könnte zwölf Uhr sein. Mitternacht. Wann sonst, du Schafskopf? Ein Wohltätigkeitswald findet nicht mittags um zwölf statt. Nein. Aber das Pik Ass ist doch nicht diese Spelunke von Kellerbar, wo wir öfter mal als Jungverheiratete waren. Genau die. Wo eine Maus immer um die Käseglocke lief wie auf einer Aschenrennbahn. Also ich fand's köstlich. Wenn ich nur an diese Separees denke. Damals hast du's hübsch gefunden. Wenn so alles stimmt, was hat das Pik Ass mit dem Drei-Künste-Ball zu tun? Ach, den geht man oft nach einem Ball, um ein deftiges Schinkenbrot zu essen oder eine Erbsensuppe. Oder Fischkrütze. Oh, furchtbar komisch. Und das alles im Kostüm? Warum nicht? Die meisten tragen sogar noch Masten. Wie hinderlich beim Essen. Also, Drei-Herz ist der Drei-Künste-Ball. Zwölf Stiche ist der Zwölf Uhr Mitternacht. Und Pik Ass ist das Pik Ass. Du bist wie immer brillant. Aber was bedeutet, der König muss gestochen werden? Das ist das, was wir herausfinden müssten. Ich finde, als Detektivagentur könnten wir ein bisschen Übung brauchen. Es ist bereits morgen. Und woher kriegen wir so schnell ein Kostüm? Ich habe schon welche besorgt. Wie konnte ich so etwas Dummes fragen? Als was gehen wir? Sherlock Holmes und Dr. Watson. Oh, gar nicht übel. Ja, ja, ich werde fesch aussehen mit Jagdhut, einer Meerschaumpfeife, die zwischen meinen männlichen Kiefern hängt, mit Geigenkasten unterm Arm und einem Stethoskop um den Hals. Oh, hallo. Setz euch, meine Lieben. Ist gerade frei. Gut, wir haben doch Käsebrot. Oder Eier mit Schinken. Ein Käsebrot ist jetzt genau das Richtige. Ich nehme Eier mit Schinken. Kaffee, Tee oder Limonade? Einen Kaffee, bitte. Einen Gin. Wie bitte? Ja, Kaffee ist Gin, Schätzchen. In Tassen serviert für den Fall, dass Bullen vorbeikommen. Und was ist Tee? Whisky. Und was ist Limonade? Limonade ist Limonade. Es gibt ja immer welche, die nichts trinken. Dann Limonade, bitte. Ja, für mich auch Limonade. Wir sind schon ein bisschen beschwippt. Also einmal Eier mit Schinken, ein Käsebrot und zwei Limonaden. Kommt sofort. Also wer mag es wohl sein? Was meinst du? Columbin? Pierrot? Oder der Zigeuner und das Schlachtschiff? Ja, eine alte Fregatte, würde ich sagen. Sieht ja die an. Gar nicht schlecht, ne? Gute Aufmachung. Sehr gut, ja. In Begleitung des Herrn Zeitungskleidung. Höfling aus Alice im Wunderland. Ich hab ihn auf dem Ball gesehen. Der Daily Leader würde ich annehmen. Wo? Och, sei doch nicht so begriffsstutzig. Sein Kostüm ist aus Zeitungen, aus dem Daily Leader. Warum ist das nicht herrlich, Tommy? Wo du hinsiehst, überall Skandale. Der Krach ist fürchterlich. Darf ich ja? Ja, kommen Sie. So, da hätten wir es. Da hätten wir ein Käsebrot für die Damen. Und einmal Eier mit Schinken, Söhne. Und zwei Limonaden. Lass es euch schmecken, ihr Schätzchen. Ich hab so ein Gefühl, als ob nebenan was nicht stimmt. So? Der unterdrückte Schrei und das Lachen, Tommy. Irgendwie geht das nicht zusammen, finde ich. Und dann spaziert der Mann aus dem Lokal. Ja. Ein bisschen zu lässig. Und alleine. Ja. Warum? Keine Ahnung. Sehen wir mal nach. Oh, Tommy, schnell. Sieht aus, als ob sie noch lebt. Oh, nein. Vielleicht ist ein Arzt draußen. Gebruft der Polizei. Lass die Finger von dem Messergriff. Hörst du? Ja, ich liebe Schätzchen. Wird schnell. Meine Liebe. Können Sie mir sagen, wer das getan hat? Es war... Bingo. Bingo? Bingo hat's getan. Ich wollte... Mir scheint... Ich glaube, sie ist tot. Tut mir leid, dass wir uns unter diesen Umständen wiedersehen. Ich bin froh, dass Sie da sind, Inspektor. Leider wissen wir noch nicht, wer die bedauernswerte Dame ist. Kein Hinweis auf ihre Identität, außer im Kostüm. Aber um diese Zeit hat kein Kostümverleih offen. Ja, Doktor? Sie ist an dem Messerstich, der ihr Herz durchdrungen hat, gestorben. Wäre es möglich, dass sie sich selbst erstochen hat, Doktor? Sagen wir theoretisch ja. Aber sehr unwahrscheinlich. Sagen Sie, Mrs. Beresford, was hat Sie veranlasst, in die Nische nebenan zu gehen? Tommy und ich... Nein, ich muss wohl von vorn anfangen. Wir waren direkt hierher gekommen, vorm Drei-Künste-Ball. Und wir haben es uns eben bequem gemacht in unserer Nische, als wir eine Frau schreien hörten. Was für ein Schrei war das? Schwer zu sagen. Sie könnte vor Überraschung aufgeschrien haben. Oder vor Schmerz? Möglich, ja. Und im selben Moment lachte ein Mann. Wir dachten da nicht mehr dran, weil das Essen kam. Aber dann hatte ich mit einem Mal das Gefühl, als wäre nebenan etwas nicht geheuer. Dieser Mann, der eigenartigerweise als Zeitung verkleidet war, hatte er eine Maske auf? Ja. Sie würden ihn also nicht wiedererkennen? Ich fürchte, nein. Tommy, du? Nein. Außer an seinem merkwürdigen Kostüm. Ja, und an seinem Lachen. Wir hatten denselben Mann schon auf dem Ball gesehen. Ja, Sergeant Halliday? Sir, eine der Frauen, die hier bedient, sagt, dass der Mann, der als Zeitung verkleidet war, gekommen und wieder gegangen ist. Ja, das wissen wir. Ohne was zu bestellen. Mich interessiert vielmehr, wer die Dame da drin ist. Ich nahm an, das wissen Sie. Wir konnten Sie noch nicht identifizieren. Nun, Inspektor, Ihr Foto erscheint fast jeden Tag in irgendeinem Magazin. In jeder Klatsch- und Gesellschaftsspalte wird sie erwähnt. Das mag sein. In polizeiinternen Mitteilungen erscheint sie aber nicht. Wer ist sie? Lady Bear, Maryville, Inspektor. Ich würde sie überall erkennen. Auch als Tote? Ja. Also, okay. Ich glaube, Sie können gehen, Mr. und Mrs. Beresford. Danke, Inspektor. Sie brauche ich noch, Doktor. Sergeant Halliday, fragen Sie bitte in der Zentrale, wo wir den Mann erreichen können. Wie heißt der Mann? Sir Arthur Maryville. Sir Arthur Maryville. Ist gut, Sir. Kommen Sie, Doktor. Und, Schatz, du bist ganz sicher, dass sie das gesagt hat? Ja. Bingo hat es getan. Ah, Mrs. Beresford. Tut mir leid, Sie so früh stören zu müssen. Nach der langen Nacht. Das macht nichts, Inspektor. Das ist Mrs. Beresford, Sir Arthur. Wie ich Ihnen schon sagte, war sie es, die Ihre Frau gestern Abend gefunden hat. Sir Arthur Maryville. Guten Morgen, Mrs. Beresford. Es tut mir sehr leid, Sir Arthur. Dankeschön. Ich kann es nicht glauben und werde niemals glauben, dass Captain Hale, wer auf irgendeine Weise verletzt haben könnte. Geschweige denn... Sir Arthur ist sehr schwer zu überzeugen. Bingo Hale war und ist einer unserer engsten Freunde. Wir waren in Eton und Cambridge zusammen. Und jetzt lebte er quasi mit uns. Sie müssen sich verhört haben. Unseligerweise nicht. Ihre Frau sagte, es war Bingo. Und ich fragte, Bingo? Und sie sagte, ja, Bingo hat es getan. Da hören Sie es. Es ist und bleibt unglaublich für mich. Da möchte ich doch wissen, welches Motiv er gehabt haben könnte. Nun, falls das, was ich gehört habe, stimmen sollte... Oh, ich weiß, was Sie denken, Inspector Marriott. Sie glauben sicher, Hale war der Liebhaber meiner Frau. Möglicherweise nicht mehr als ein Gerücht. Ich weiß, es wird verredet. Vier, drei kommen seit Jahren bestens miteinander aus. Wo ist er hin, nachdem er aus dem Picass weggegangen war? Wir haben ihn heute früh in Sir Arthur's Haus festgenommen. Ich bin gestern Abend nach dem Ball allein nach Haus gekommen. Mein Chauffeur kann Ihnen das bestätigen. Das hat er schon, Sir Arthur. Na, sehr gut. Bingo sagte mir, er ginge noch auf einen Sprung in seinen Club. Egal, wie er jetzt heißt. Zumindest sagte er, dass er dort hin wollte. Darf ich fragen, ob jemand wusste, dass Ihre Frau im Picass sein würde? Ich bestimmt nicht. Ich verstehe das Ganze sowieso nicht. Ich war der festen Meinung, sie wäre noch auf unserem Landsitz in Cornwall. Es ist mir nicht sehr angenehm, das sagen zu müssen, Sir Arthur. Aber ich glaube, dass Captain Hale im Begriff war, einer gewissen amerikanischen Dame den Hof zu machen. Das ist mir zwar neu, aber Gentlemen pflegen nicht miteinander, über ihre Affären zu sprechen. Wenn nun Lady Maryville eifersüchtig geworden war und nun drohte, die Affäre zu beenden, was... Sie reden doch ins Blaue hinein, Inspektor! Dies oder jenes zu vermuten, nutzt gar nichts. Wir brauchen Beweise. Was genau haben eigentlich Sie dort gemacht, Mrs. Beresford? Ach, nun, dasselbe wie alle anderen. Ich meine, wir waren dort, weil wir eine Kleinigkeit essen wollten nach dem Ball. Aus keinen anderen Grund? Wir hatten einen Grund. Am Tag zuvor stand unter der Rubrik Vermischtes eine Botschaft in Daily Leader. An wen gerichtet? Das ging nicht daraus hervor. Und von wem? Auch das stand nicht dabei. Haben Sie die Zeitung zufällig noch? Das muss da noch irgendwo sein, ja. Nein, jetzt fällt mir ein, die ist ja im Büro. Aber ich weiß noch den Wortlaut. Sehr schön, was stand da? Ich würde sagen, drei Herz, zwölf Stiche in Pik Ass. Der König muss gestochen werden. Sie sind eine besonders kluge Frau, Mrs. Beresford. Was haben Sie daraus geschlossen? Also, drei Herz, der drei Künsteball. Zwölf Stiche, zwölf Uhr. Das Pik Ass wissen wir. Aber den König stechen, das verwirrte uns. Ich vermag das nicht zu deuten, das ist Kauderwelsch für mich. Ich würde sagen, jemand hat die Annonce aufgegeben, um die Aufmerksamkeit einer Frau zu erregen. Lesen Sie den Daily Leader, Sir Arthur? Nun, hin und wieder schon mal. Aber meine Frau liest ihn. Oder tat es. Ich persönlich ziehe die Morning Post vor. Ich glaube ja, dass Lady Maryville und Captain Hale verabredet hatten, sich auf dem Ball zu treffen. Entschuldigen Sie bitte, ich weiß, es geht mich nichts an, aber wann genau haben Sie sich entschlossen, den Ball zu besuchen? Lassen Sie mich kurz überlegen, Miss, äh, gestern war Mittwoch. Bingo sagte mir, dass er hingehen würde am, äh, Montag. Und, äh, er ist immer für Wohltätigkeit gewesen. Ich sagte, ich würde mir ein Kostüm besorgen und mitkommen. Hat er auf Ihren Entschluss irgendwie reagiert? Nicht, dass ich wüsste. Vielleicht sagte er, na, sehr schön, vermutlich. Aber ich kann mich, wie gesagt, nicht erinnern. Immerhin bekäme so der Hinweis einen Sinn. Der König muss gestochen werden. Möglicherweise als Warnung für Ihre Frau, dass nun auch Sie den Ball besuchen werden. Nein, das hört sich nicht nach Bingo an. Und Sie gingen als, ähm... Ich? Oh, als Teufel. Es war wohl das einzige Kostüm, das im Laden übrig geblieben war. Sie wissen ja, wie sowas aussieht. Ich glaube sogar, ich hab Sie gesehen. Also, ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie sowas aussieht. Oh, so ein langes, rotes Gewand und eine Maske. Rote Handschuhe. Ein Kopfwurz mit Hörnern und etwas, was aussieht wie Flammen. Und hinten am Mantel ein gegabelter Schwanz. Aber kein Dolch. Natürlich nicht. Reden Sie bitte keinen Unsinn. Ich, ich versuche, einen Mord aufzuklären, Sir Arthur. Ja, gewiss doch, tut mir leid. Bitte verzeihen Sie. Aber ich bin doch, wie man sagt, ein wenig erregt. Sagen wir, ich bin außer mir. Aber leider kann ich Ihnen nicht helfen. Nun, ich bedanke mich, dass Sie gekommen sind, um zu hören, was Mrs. Beresford zu sagen hatte. Keine Ursache. Ich glaube Ihnen aber immer noch nicht. Da wäre noch eine Frage, Sir Arthur. Man fand einen Fetzen Papier, rausgerissen aus einer Zeitung, in der Hand ihrer Frau. Ohne Zweifel hat auch Mrs. Beresford das bemerkt. Das habe ich leider nicht. Aber ich, ich war auch ziemlich aufgeregt. Verständlich. Und was bitte sollte dieser Fetzen Papier beweisen? Ein Mann in einer Art Zeitungskostüm greift eine Frau an. Die Frau versucht wahrscheinlich, den Angriff abzuwehren. Das heißt, sie greift nach dem Mann und reißt aber ein Stück aus seinem Kostüm. Ja, ja, das ist einleuchtend. Und weiter? Ich habe meine Leute schon angewiesen, dass sie gehen und Captain Hales Kostüm bei ihm zu Hause abholen. Und wenn nun ein Riss darin sein sollte, ein Loch, das dem Stück Papier entspricht, das man bei ihrer Frau gefunden hat, tja, dann ist der Fall abgeschlossen. Nichts dergleichen passiert. Ich kenne Bingo Hale. Wahrscheinlich haben Sie recht, Sir Arthur. Ich bitte nochmals um Entschuldigung für die Störung, Mrs. Beresford, aber es war nicht zu vermeiden. Schon gut. Guten Tag. Guten Tag. Wir finden allein hinaus. Oh, Tommy, das war doch nicht nötig. Ich habe Hunger. Ich bin gestern Abend um meine Eier mit Schinken gekommen. Und die Limonade. Genau. Ich kann nur hoffen, ich habe den Kaffee stark genug gemacht. Du hast alles mitgehört, hm? So ungefähr. Ich würde sagen, Bingo Hale kann sich auf was gefasst machen. Nur wenn Marriott's Theorien richtig sind. Zum Beispiel sagte er, wenn das, was ich gehört habe, stimmt. Du meinst, ob Captain Hale wirklich Lady Maryvilles Liebhaber war? Ja. Von wem mag er das gehört haben? Na, von einem der Dienstboten vermutlich. Sind Männer tatsächlich so dumm, mit der Frau des besten Freundes eine Affäre anzufangen? Oh, sowas passiert immer wieder. Wirklich? Mhm. Und wer ist dein bester Freund? Du, mein Schatz. Oh, Tommy. Ganz im Ernst. Ich meine es ernst. Gut, aber dann doch nicht im selben Haus. Ganz schön hinterhältig wäre das. Aber ich kann dazu wenigstens sagen, weißt du. Mir ist sowas nie passiert. Noch nicht. Marriott ist davon überzeugt, dass es Captain Hale war. Der Fall ist erledigt, soweit er uns betrifft. Ich schlage vor, wir gehen ins Büro. Mal sehen, was der neue Tag zu bieten hat. Ist gut. Und doch. Was? Irgendwas stimmt irgendwie nicht. Mich soll der Teufel holen, wenn ich weiß was. Weißt du, worauf du warten solltest? Auf eine Erleuchtung. Ich wette, es wird wie immer sein. Irgendwann geht dir ein Licht auf. Ist auf. Gut, gut. Aber was hat er gesagt, Albert? Ich komme ganz durcheinander, wenn ich nicht auf meine Art erzählen darf. Also gut. Es war ein kleiner Mann, etwa 15. Eher klein als groß, habe ich gesagt. So etwa zwischen Zwerg und Riese. So ist es, Mr. B. Hat er seinen Namen gesagt? Er hat mir so ein Zigarettenpapier gegeben. Zigarettenpapier? Ja, ich glaube, ich habe es noch nicht genau angesehen. Albert, das ist eine Visitenkarte. Wenn Sie es sagen. U.E. Telling. Anwalt bei Verity, Billton und Hackett. Lincoln und Fee. Er hat gesagt, Sie möchten sich doch mit ihm in Verbindung setzen. Du glaubst, er meint es ernst? Wie meinen Sie das, Mrs. B.? Welchen Eindruck machte er auf dich? Naja, er, er, er war eher klein als groß und... Ja, das hatten wir bereits. Ein weißes Hemd, kurzer Kragen, gestreifte Hosen, schwarze Jackett, Bowler und selbstverständlich Regenschau. Welche Farben hatten seine Socken? Schwarz mit Streifen, schwarze Schuhe, schwarze Kram... Schon gut, Albert, schon gut. Aber ich soll aufmerksam beobachten. Ganz recht, Albert. Wir rufen den Herrn dann später an. Oh ja, da war noch was. Ja? Er sagte, er käme wegen eines Käpt'n Hill. Hill? Und er sagte ganz gewiss nicht Hale? So war's, ja. Hale. Da stand eine Nummer auf der Visitenkarte. Holborn 1592. Wie haben Sie von uns erfahren? Ein Inspektor Marriott erzählte meinem Anwalt, Mr. Telling, von Ihnen und dass Sie als Zeugen benannt würden, wenn mein Fall verhandelt wird. Wir haben bereits ausgesagt. Es gibt nichts hinzuzufügen. Der Inspektor sagte auch, Sie besäßen eine Detektivagentur. Er hält wohl sehr viel von Ihnen. Das war sehr nett von Ihnen. Tja, und so bat ich meinen Anwalt, Sie zu bitten, mich aufzusuchen. Nun ja, wir... Selbstverständlich werde ich die üblichen Gebühren zahlen ganz gleich, was mit mir passiert. Nein, nein, wir zögern nicht wegen des Geldes. Es ist das Ergebnis, was uns interessiert. Gut, Käpt'n Hill. Was können wir für Sie tun? Ähm, nun, wissen Sie, alles, was die Polizei so sagt und weiß, ist wahr. Das meinen Sie im Ernst? Mit einer Ausnahme. Wer umgebracht, habe ich nicht. Aber Sie waren auf dem Drei-Künste-Ball? Ja. Wie wir gehört haben, als Zeitung kostümiert. Ja. Aus diversen Exemplaren des Daily Leader. Vielleicht, Maryvels Haushälterin hat es für mich zusammengenäht. Wieso? Was meinen Sie mit wieso? Warum ausgerechnet dieses Kostüm? Sie sagte, so eine Figur gäbe es in Alice im Wunderland und es wäre doch eine gute Idee und ich sagte ja. Nach dem Ball gingen Sie in das Pikass. Nein. Ja, haben Sie dort gesehen? Sie waren im Separe neben uns. Nein, aber wir haben... Sie wussten, dass Lady Maryvel dort sein würde? Ja, so hatten wir es abgemacht. Und die Botschaft unter Vermischtes im Daily Leader? Stimmt, ja, die war von mir. Ihre Liaison mit ihr war also kein Gerücht? Ja, ich meine, nein. Ich habe Sie sehr verehrt. Warum gingen Sie nicht ins Pikass, wie es verabredet war? Ich bekam einen Zettel mit einer Nachricht beim Tanzen zugeschoben. Von wem? Ja, von wer, möchte ich vermuten? Welchen Inhalt? Ich sollte nicht mit ihr sprechen auf dem Ball und den Treff im Pikass vergessen, weil Arthur einen Verdacht hat. Was geschah mit der Notiz? Der Notiz? Die Notiz, die Ihnen jemand gegeben hatte. Keine Ahnung, ich habe sie wohl weggeworfen. Haben Sie die Handschrift erkannt? Nein, ich glaube nicht. Außerdem haben wir uns nie geschrieben. Trifft es zu, Captain Hale, dass Sie im Begriff waren, einer anderen Dame den Hof zu machen? Einer reichen Amerikanerin? Da war nichts. Ich kannte sie, wir waren befreundet. In den Klatschspalten der Boulevardpresse waren wir plötzlich ein Paar. Und verärgerte das Lady Maryvel? Sie war nicht begeistert davon. Aber wir haben uns sehr geliebt und ich hoffte, eines Tages würde sie meine Frau sein. Wusstest Herr Arthur davon? Nein. Wir bemühten uns sehr um Diskretion. Wir wussten ja noch nicht, wie wir die Situation klären sollten. Wir haben beobachtet, wie Lady Maryvel mit Ihnen sprach und zusammen mit Ihnen in die Nische neben uns. Das bin ich nicht gewesen. Außer ich müsste... Ja, was? Ich meine, ich müsste dann so betrunken oder verrückt gewesen sein, dass ich nicht mehr wüsste, dass ich Sie getötet habe. Hat man Ihnen den Dolch gezeigt? Ja. Hatten Sie ihn schon mal gesehen? Ich habe dem Inspektor gesagt, das hätte ich nicht. Aber es war so. Ja. Es ist meine. Er gehört Ihnen? Ja, ich habe ihn von meinem Vater. Er war in Indien. Ach, es ist sicher eine dumme Frage, aber wie zum Teufel kam dieser Dolch ins Peak? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Wo haben Sie ihn aufbewahrt? In meiner Wohnung in der German Street. Wo Sie sich gewöhnlich mit Lady Maryvel trafen, ja? Captain Hale. Wir wissen im Moment noch nicht, ob wir Ihnen helfen können oder nicht. Aber belügen Sie uns nicht. Alles wird streng vertraulich behandelt. Ich, äh... Ich bitte um Entschuldigung. Ja. Ja, wir haben uns dort oft getroffen. Ging Lady Maryvel auch irgendwann selbst dahin? Ja, sie hatte Schlüssel zur Wohnung. Also hätte sie den Dolch an sich nehmen können? Ja, das wäre möglich gewesen. Wenn Sie nicht ins Peak Ass gegangen sind, äh... Wohin gingen Sie vom Ball aus? Ja, wissen Sie, erst mal war ich sehr verärgert über die Nachricht von Verr und ich habe weiter getanzt. Mit wem? Äh, mit, äh... Äh, äh, es tut mir leid, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon, äh, äh, ziemlich viel Champagner intus und tanzte mit, äh... Wie soll ich das jetzt wissen? Fast alle trugen Masken. Wann verließen Sie den Ball? Äh, nach dem letzten Tanz, da war es, äh, wie spät war's da bloß? Wagen um eins stand auf der Einladung. Dann war's auch ungefähr eins. Sie fuhren dann wieder zu Sir Arthur's House. Ja. Direkt? Äh, nein. Äh, ich war noch mit, äh, drei anderen in dem Pub gleich um die Ecke. Der heißt? Strand. Kannten Sie die Leute? Äh, ob ich... Äh, äh, nein, wir, wir sind da einfach gelandet. Sie waren ein bisschen beschwipst? Ja. Mehr als ein bisschen beschwipst? Ja. Fast besoffen. Äh, mehr oder weniger, ja. Ich war verwirrt und über Verr sehr verärgert. So sehr, dass Sie vielleicht doch noch zu der Verabredung gehen? Jedenfalls muss Verr da schon tot gewesen sein, nicht wahr? Oh. Hat man Ihnen bei der Verhaftung gesagt, um welche Uhrzeit Sie starben? Nein. Sie wissen, dass ich in dieser Kneipe war, im Strand. Ich hätte unmöglich von da... Aber niemand kann bezeugen, dass Sie dort waren, Captain Hayden. Nein. Sie waren aber immer noch kostümiert, ja? Ja. Na gut. Wenn wir nun per Anzeige nach jemandem suchen würden, der Sie so kostümiert im Strand war... Das nützt gar nichts. Ich hatte einen Regenmantel über dem Kostüm. Ganz ohne Alibi wird es ein bisschen schwierig werden. War es für Arthur noch auf, als Sie heimkamen? Nein. Aber ich fand eine Nachricht, dass wir zusammen frühstücken würden. Und die Polizei kam wann? Das weiß ich nicht genau. Ich war eben eingeschlafen. Sagen Sie bitte, als Sie Ihr komisches Kostüm auszogen, bemerkten Sie da, dass an der Seite irgendwo ein Stück fehlte? Um Ihnen die Wahrheit zu sagen, ich war auf derartiges zu achten, war ich nicht mehr in der Lage. Sie wissen aber, dass die Polizei Ihr Kostüm mitgenommen hat. Ja. Aber was Sie damit beweisen wollen, weiß ich nicht. Also gut, Captain Hale. Wir gehen jetzt und setzen unsere Denkkappen auf. Ja. Und wenn wir irgendwie weiterkommen, lassen wir es Ihren Anwalt wissen. Und wenn Ihnen was einfällt, auch wenn es Ihnen noch so unbedeutend erscheint, lassen Sie es uns wissen, ja? Ich danke Ihnen. Es war sehr anständig von Ihnen, mich zu besuchen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und vergessen Sie nicht, ich habe Sie geliebt. Ich hätte Sie nicht töten können. Wenn man alle Fakten, die wir kennen, zusammenzieht. Fakten hin, Fakten her, Tom. Vorsicht bitte, der Tee, Sir. Hat jemand angerufen, während wir weg waren, Albert? Ja, ein Anruf, Mrs. B, ein Mann. Er sagte, er käme gleich vorbei, Sir. Hast du nicht gefragt, wer er ist? Doch, selbstverständlich. Also, wer war es? Dieser Bulle, der immer denkt, Sie benehmen sich verdächtig. Dein Sinn für Humor wird nochmal unser Tod sein, Albert. Ja, oder deiner. Hat der Inspektor gesagt, wann er kommt? Na, jetzt. Sagen wir ihm, dass wir bei Hay waren? Bestimmt weiß er es. Inspector Marriott von Scotland Yard. Was hört er im Schild? Er hat im Moment seine Butler-Phase. Der Butler war es. Sie müssen es ihm lassen. Er ist ein cleverer Junge, Inspektor. Er wusste, dass Sie kommen und schon steht eine dritte Taster. Sehr schön. Genau das brauche ich jetzt. Nehmen Sie Platz. Tja, ich nehme an, Sie würden gern wissen, wie weit wir gekommen sind. Sicher, Inspektor. Sagen Sie bitte, was hat Captain Hale für einen Eindruck auf Sie gemacht? Ich würde sagen, einen ziemlich guten. Das glaube ich ja. Er ist ja ein überzeugender Schurke. Warum sagen Sie das? Ich habe selten einen so klaren Fall gehabt. Ich meine, es war ja schließlich sein Deutsch, oder? Woher wissen Sie das? Seine Putzfrau hat ihn auf Anhieb wiedererkannt. Sie haben ja fleißig geschnüffelt. Darum werden wir auch von übelmeinenden Leuten Schnüffler genannt. Das Beste wird sein, wir bringen das alles schnell hinter uns. Spätestens heute Abend hat er gestoppt. Dann muss ich nicht als Zeugin auftreten. Ist nicht mehr nötig. Er wird nicht gestehen. Wie kommen Sie denn darauf? Er weiß, dass er es nicht war. Wir kennen den Mann inzwischen ein bisschen. Er wird gestehen, wenn ich ihm den fetzen Papier zeige, der in seinem Kostüm fehlt. Auch wenn Sie es nicht glauben wollen, es passt genau. Genau in das Loch der Zeitung. Ganz genau? Ja, ganz genau. Aus dem Daily Leader vom Dienstag. Ich habe ein paar Fotos von den Beweisstücken für Sie mitgebracht. Ich dachte, es würde Sie interessieren. Oh, danke. Das hier ist von Captain Hales Kostüm. Das ist eine Nahaufnahme, auf der Sie sehen, was herausgerissen wurde. Und hier haben wir den Papierfetzen, den wir in der Hand von Lady Merrill gefunden haben. Ein absolut klarer Fall. Würden Sie das nicht auch sagen? Ja, ja. Oberflächlich betrachtet zumindest. Was heißt oberflächlich? Ich meine nur, in dem Puzzle könnte trotzdem ein Stück fehlen. Sie lassen es mich sicher wissen, wann und wo Sie es gefunden haben. Danke für den Tee. Keine Ursache. Ich sage Ihnen Bescheid, falls es was Neues gibt. Dankeschön. Wiedersehen, Mrs. Bersworth. Ähm, Tuppens? Mhm. Der Inspektor will gehen. Oh, Entschuldigung. Wiedersehen, Inspektor. Wiedersehen. Herbert. Sieh dir das an. Da sind so kleine Strichelchen. Was hältst du davon? Da. Wo denn? Na da. Das sind Stichel, würde ich sagen. Wo die Seiten zusammengenäht worden sind. Und was sind das da für Zeichen? Genau vor der Rissstelle. Sieht aus wie kleine Sterne. Tja, einige Zeitungen markieren so ihre Blätter. Die verschiedenen Ausgaben an verschiedenen Tagen. Wozu? Tja, es ist mir nicht gestattet, meine Informationsquelle auszuplaudern, Liebling. Du willst sagen, du weißt es nicht? Es gibt Momente, da bezweifle ich, ob wir wirklich so gut zusammenpassen. Ich glaube, ich habe mal gehört, dass die erste Morgenausgabe der Times auf der Titelseite eine Krone hat. Speziell für Buckingham Palace. Ja, und bei manchen findet man weiße Tupfninnen, schwarzen Beschriftungen am oberen Rand. Du hast recht, Liebling, du bist gut. Sieh es dir an. Habe ich doch gesagt. Was hast du jetzt vor? Habe ich meinen Namen? Du besorgst uns bitte sämtliche Ausgaben des Daily Leader von vergangener Woche. Wo kriege ich die? Wie wäre es mit einem Zeitungshändler? Wir remittieren alte Zeitungen. Was tun sie? Sie geben sie zurück. Dann flitz rüber in die Fleet Street. Nimm ein Taxi. Und ich bringe sie her, ja? Natürlich bringst du sie her. Bin schon weg. Ich gehe wohl recht in der Annahme, dass du etwas witterst. Die erforderlichen Mittel. Die was? Die Mäuse. Der Mammon. Zaster für das Mietcabriolet. Wieso sagst du nicht einfach Geld, Albert? Könnte es sein, dass wir nochmal mit Sir Arthur sprechen müssen? Oh, Liebling, du hast doch immer wieder die besten Ideen. Sie werden entschuldigen, dass wir Sie hierher gebeten haben, Sir Arthur. Aber wir haben da was entdeckt, was Sie unbedingt wissen sollten. Ja. Wir wissen, wie sehr es Ihnen am Herzen liegt, Ihren Freund zu entlasten. Ja, im Prinzip schon. Aber bei der Fülle erdrückender Beweise muss selbst ich Sie verstehen. Was würden Sie sagen, Sir Arthur, wenn wir Ihnen mithalten, dass wir auf ein Beweisstück gestoßen sind, was wahrscheinlich die völlige Unschuld von Captain Hale bewahrt? Ich wäre überglücklich. Nehmen wir an, wir haben ein Mädchen ausfindig gemacht, das mit Captain Hale letzte Nacht im Strand gewesen ist. Wunderbar. Einfach fantastisch. Ich wusste, da stimmt irgendetwas nicht. Die arme Wehr, sie muss sich also selbst getötet haben. Das wohl kaum. Da war der andere Mann. Welcher Mann denn? Der Mann, den wir gesehen haben, als er unser Nachbar-Separie verließ. Ich kann wirklich nicht folgen. Wollen Sie sagen, dass auf dem Ball zwei als Zeitung verkleidete Personen waren? Nein, nicht auf dem Ball. Also, ich fürchte, ich bin völlig durcheinander und ich habe das Gefühl, wir verschwenden hier bloß Zeit. Darf ich Ihnen sagen, wie ich das Ganze sehe, Sir Arthur? Wir wissen, dass diese Nachricht besagt, dass er sich mit einer gewissen Dame bitte nicht treffen möge. Nur die Dame selbst weiß mit Sicherheit nichts von dieser Nachricht. Und da Lady Marywell sie nicht geschrieben hat, geht sie wie verabredet ins Peak Ass, um sich dort mit Captain Hale zu treffen. Der zweite Mann wartet so lange, bis er Lady Marywell weggehen sieht, folgt ihr und fährt in einem Taxi zum Peak Ass. Während der Fahrt legt er sein Teufelskostüm ab. Darunter kommt eine andere Verkleidung zum Vorschein. Ein Mann, als Zeitung kostümiert. Alles sehr schlau geplant von diesem zweiten Mann. In der Zwischenzeit, im Peak Ass, fragt Lady Marywell sich, wo Captain Hale nur bleibt. Dem zweiten Mann, der entdeckt hatte, dass Lady Marywell ihm nicht treu war, war es gelungen, in Captain Hales Wohnung zu gelangen und in Dolch zu stehen. Lady Marywell geht zurück in das Separee. Glücklich darüber, dass ihr Geliebter endlich bei ihr ist. Sie streckt ihre Arme nach ihm aus. Er geht auf sie zu und umarmt sie. Während dieser Umarmung ersticht er sie. Sie stößt einen Schrei aus. Er lacht. Und verlässt das Peak Ass. Bis hierher war es ganz einfach ein Mord. Im Taxi, auf dem Weg nach Hause, bemerkt er, dass Lady Marywell ihm ein Stück aus dem Kostüm herausgerissen hat. Das könnte nun große Schwierigkeiten mit sich bringen. Würden beide Männer nicht zufällig im selben Haus wohnen? Er reist an genau derselben Stelle ein Stück aus Captain Hales Kostüm, in dem er wahrscheinlich beide Kostüme übereinander legt. Danach verbrennt er sein eigenes und bereitet sich darauf vor, die Rolle des treuen Freundes zu spielen. Eine recht lebhafte Fantasie einer charmanten Dame, die vermutlich zu viel schlechte Kriminalromane liest. Glauben Sie, ja? Und ein Ehemann unter dem Einfluss seiner Frau. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie jemanden finden, der diese Sache ernst nimmt. Ich würde dieses Lachen überall wieder erkennen. Das würde ich auch. Und ich habe es zuletzt im Peak Ass gehört. Und Sie unterliegen einem Missverständnis, was uns betrifft. Internationale Detektivagentur. Deshalb hat mich Inspektor Marriott heute Morgen hierher gebracht. Es war eine Falle. Ich gehe runter und kümmere mich darum. Armer Teufel. Wenn er seine Frau nun geliebt hat. Sie geliebt hat? Das glaube ich kaum. Er wusste nicht mal, wo er noch Geld auftreiben sollte. Lady Marriott hat ein großes eigenes Vermögen, das ihm ganz zugefallen wäre. Wäre sie mit Captain Hale durchgegangen, hätte er nie einen Penny davon gesehen. Das war's also. Wieder mal das schnöde Mammon. Das war's. Mir war von Anfang an absolut klar, dass Sir Arthur ein ziemlich mieser Kerl und Hale so weit in Ordnung sei. Wie gescheit Sie waren, Inspektor. Ach wissen Sie, wir vom Jad wissen eigentlich immer, wie der Hase läuft. Es sind nur in manchen Fällen gewisse Fakten, die gegen einen sind. Ja, so ist das wohl. Jetzt muss ich wohl runtergehen. An Ihrer Stelle würde ich meiner Frau ein Glas Brandy geben, Mr. Burrysford. Sie ist doch, wie man so sagt, ein bisschen weiß um die Nase geworden. Sie ist doch, wie man so sagt, ein bisschen weiß um die Nase geworden. Sie ist doch, wie man so sagt, ein bisschen weiß um die Nase geworden. Sie ist doch, wie man so sagt, ein bisschen weiß um die Nase geworden. So glaube ich, immer wieder ein bisschen weiß um die Nase geworden. Sie ist doch, wie man so sagt, ein bisschen weiß um die Nase Robertauskreis. Sie ist doch, wie man so sagt, ein bisschen weiß um die Nase93. Wie man so sagt, ein bisschen weiß ich Laurie. Nein, zeigen Sie sofort nicht wie wahrscheinlich ein bisschen weiß oder� Shamung machen dabei.